Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem Teil vom Pokémon Tekken X auf der Nintendo Switch mit mir von Lörn, Let's Play Sats Hobby, auf der Suche nach Kämpfern, wie man sieht. Dann schauen wir mal, wen wir finden. Haben wir sogar sofort schon einen. Mal schauen. Es ist ein Rester Pikachu aus Italien, Gigius, Gruppe C4. Oder Chichius, keine Ahnung. Oh je, das Pokémon ist schnell. Oh, es reagiert verzögert. Nicht gut. Oh, lass mich doch auch. Oh, das macht mir. Shit. Ja, ich wollte auch greifen. Aber es ist bei mir verzögert, wenn der Kanker zumal. Was soll das? Nichts nochmal hochladen von, von dem Let's Play. Ich hoffe mal nicht. Macht die statische Ladung anscheinend. Das ist für mich langsamer reagiert alles. Ich hoffe mal nicht. Na. Irgendwie mache ich aber auch immer wieder dieselben Fehler. Kann das sein, aber... Es passt an. Der zweite Hüpfer hat irgendwie nicht funktioniert. Wie gesagt, irgendwie reagiert es ein bisschen verspätet. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber gut. Kikius, guter Kampf. Schade für mich. Hätte vielleicht besser laufen können. Hätte es auch besser reagiert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht am Hochladen der Teile, dass die Internetverbindung da so ein bisschen drunter leidet. Aber gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Kampf wieder. Bis dahin. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, tschüss.